Die Spinnennetze Uh, wer kommt denn da und will sein Rezept zurück, wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist? Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ha, 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 ha. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmerer Bauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht taff genug, um hier irgendwas zu fordern. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß. Könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut? Ha, 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 ha. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Ha, 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 ha. Du bist so eine Heulsuse. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Ha, 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 ha. Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich hab bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sie ist ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Hei, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwas schon fertig? Ähm. Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ähm. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Ah. 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 Geh jetzt. Ich muss mal einen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Die oberen... Vielleicht soll... Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgörre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, drehe ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Ähm. Was war das? Ähm. Du frecher Mistkäfer. Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Mwah. Oh, es sind nur meine Einweckgläser. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einweckglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinder Beinchen. Kinder Ärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ähm. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweckgläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedankt dich bei meinem idiotischen Anwalt. Äh. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Gebt ihr keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Mama, wenn ich das Kind erwische, dass mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Kein Rezept? Äh, äh. Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Hm. Was ist? Warum schlafst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. Zehn Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Äh, äh. Tja, die Oberen wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Ähm. Lilly. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shorny. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Ähm. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mach mir Sorgen um dich, weißt du? Ähm. Du wirkst so angespannt. Ist irgend... Lilly hätte... Ähm. Falls ich mach mir... Der Gargäuel machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Der Gargäuel hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Die Schuluhr war außer Reichweite. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinder-Ausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte... Ich mag, ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinder-Ausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also, lass die Finger... Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. In dem Regal gab es drei leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Na nun? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann. Aus dem Geschichtsunterricht. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes... Seltenes Tier. Der habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit... Mit extra viel Ketchup, bitte. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vor... Vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chef aus Peitscher an der Nordseite. Ja, ja. Ich habe in meinem Leben so einiges... Einiges Tebet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai-Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreißsaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätselzimmern. Da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch Indie-Rockband mit dem Namen Inquisition Oferloot. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunter... Unter... 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 Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen, erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Hm? Äh, w-was? Oh, ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den Eurasischen Kontinent entdeckt habe? Äh, äh. Ach, äh, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Äh, richtig? Äh, äh. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Äh, äh, oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Äh, nein, äh, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und, äh, äh, wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores, ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh, oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die drei E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht, ähm, äh, mich nicht zum Affen machen. Also, mal sehen. Äh, nein, nein, keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durchstärke, Heldenmut oder Schlefrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die, für die, äh, Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durchstärke. Das dritte E, um mich zu erinnern. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte. Genauer gesagt, beantworte das. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die drei E ist, dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. Vier, um genau zu sein. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Boah, schläfrisch, hä? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Boah, schläfrisch. Boah, schläfrisch. Boah, schläfrisch. Boah, schläfrisch. Boah, schläfrisch.